In meinem Video zu Stossproblemen habe ich erklärt, was passiert, wenn ein leichter Güterwagen gegen einen schweren fährt, der gebremst ist. Ich möchte hier diesen Gedankengang noch einmal wiederholen, die drei Bilder zeigen und dann die Frage beantworten, was passiert, wenn man das Koordinatensystem um 180 Grad dreht. Also der leichte Wagen hat eine Anfangsgeschwindigkeit V1.0 und somit auch einen bestimmten Impuls. Sobald der Wagen in Kontakt tritt mit dem anderen, also sobald die Puffer anfangen einzufahren, fliesst Impuls aus dem leichten Wagen in den schweren über und ein Teil des Impulses geht dann an die Erde weg. Das können wir mit dem Impulsstrombild darstellen. Das Impulsstrombild zeigt, wie der Impuls durch die Struktur fliesst. Dort, wo der Impuls vorwärts fliesst, das ist fast überall, herrscht Druck. Das heisst, die Puffer werden zusammengedrückt. Nun können wir aus diesem Impulsstrombild das Kraftbild generieren. Das Kraftbild, oder auch Schnittbild genannt, enthält alle Kräfte, die auf einen Körper einwirken. Hier sind also auch die vertikalen Kräfte gezeichnet, die nicht zu diesem Impulsstrom gehören. Aber dort, wo dieser Impulsstrom das System verlässt, also bei den Puffertellern, da können wir eine Kraft einzeichnen. Und zwar gilt die Regel, die Stärke des Impulsstromes entspricht der Stärke der Kraft. Wobei, wenn ein Impulsstrom rausgeht, dann ist der Kraftpfeil negativ gerichtet. Wenn wir jetzt den anderen Wagen nehmen, dann können wir sagen, der gleiche Impulsstrom an der gleichen Stelle ergibt einen zweiten Pfeil, nämlich die Impulsstromstärke bezüglich des zweiten Wagens. Und diese Stärke wird mit einem positiv gerichteten Kraftpfeil markiert. Diese beiden Kraftpfeile sind übrigens ein Wechselwirkungspaar im Sinne des dritten Newton'schen Axioms. Wir haben also das Impulsstrombild, das Kraftbild und jetzt kommt noch das Flüssigkeitsbild dazu, das die ganze Dynamik beschreibt. Im Flüssigkeitsbild wird der Impuls zu einer Flüssigkeit und die Körper werden zu zylinderförmigen Töpfen, wobei die Masse als Querschnitt auftaucht. Die Geschwindigkeit ist dann die Füllhöhe. Wir können also sagen, der Impulsinhalt ist Masse mal Geschwindigkeit, also Grundfläche mal Höhe. Der Impulsstrom, oder eben im Kraftbild die Stärke der Kraft, ergibt hier wieder einen Strom, also hier die Pufferkraft oder der Impulsstrom durch die Puffer, hier der Impulsstrom an die Erde, genannt Reibkraft. Diese Kraft, die habe ich da unten markiert, die entspricht übrigens der Stärke des abfliessenden Impulsstromes. Also auch hier gilt die Regel, wenn Impulsstrom abfliessst, führt das zu einer negativ gerichteten Kraft. Und hier sieht man etwas Eigenartiges, der Impuls fließt nach unten, aber der Kraftpfeil, der zeigt dann immer noch horizontal. Der Kraftpfeil ist eben nur ein sogenannter Bilanzpfeil. Zurück zum Flüssigkeitsbild, also wir können hier jetzt noch weiteres erkennen. Neben dem Impulsinhalt können wir die kinetische Energie erkennen, wie ich schon erklärt habe, nämlich Impulsinhalt mal mittlere Pumphöhe von der Erde, wenn man den Impuls hineinpumpt, das gibt dann eben Impulsinhalt mal Geschwindigkeit halbe oder eben Masse halbe mal Geschwindigkeit im Quadrat. Wir können aber hier auch noch die Prozessleistung erkennen. Wenn der Impuls eine Geschwindigkeitsdifferenz durchfällt, dann wird eine Leistung freigesetzt, wie bei einem Wasserfall. Das heisst, solange die Geschwindigkeit des auflaufenden Wagens grösser ist als der des anfänglich ruhenden, fließt der Impuls geschwindigkeitsmässig berghin unter und dann wird Energie freigesetzt. Dasselbe bei der Reibung. Wenn dann der leichte Wagen mit der Zeit langsamer wird als der schwere, dann ist hier das Niveau tiefer von V1 als von V2. Dann fließt der Impulsstrom berghin auf und dann braucht es Energie, um den Impulsstrom anzutreiben. Und diese Energie kommt dann von der Feder. Das heisst, in den Pufferfedern wird Energie zwischengespeichert. Wir können aber auch dem Impulsstrom lokal, zum Beispiel beim Austritt aus dem leichten Wagen, einen Energiestrom zuordnen. Das ist dann einfach Stärke der Kraft oder des Impulsstromes mal Geschwindigkeit. Also Stromstärke mal Höhe über Nullniveau. Und Nullniveau ist die Geschwindigkeit der Erde. Soweit das Bild. Also ich habe es jetzt hier ein bisschen kurz gefasst, auch nicht ganz systematisch erklärt. Jetzt gehen wir rüber zur Frage, was passiert, wenn man das Koordinatensystem um 180 Grad dreht. Jetzt ist der Impulsinhalt des auflaufenden Wagens negativ, weil die Geschwindigkeit negativ ist. Der Impulsstrom fließt jetzt auf die andere Seite. Aber die Regel, wonach ein vorwärts fliessender Impulsstrom die Puffer zusammendrückt, die bleibt natürlich erhalten. Wenn wir rübergehen zum Kraftbild, dann passiert etwas Eigenartiges. Also hier haben wir den leichten Wagen. Da fließt Impuls hinein. Und deshalb gibt es hier eine Kraft, ein Kraftpfeil vorwärts. Beim schweren Wagen fließt Impuls bei den Puffen raus. Es gibt eine negativ gerichtete Kraft, also nach rechts. Jetzt sieht man schön, der Impulsstrom dreht zwar seine Richtung um, wenn man das Vorzeichen der zugehörigen Achse umdreht. Aber die Kräfte sind invariant gegenüber dieser Operation. Man kann also sagen, der Impuls und auch die Impulsströme hängen vom Koordinatensystem ab. Die Kräfte dagegen nicht. Dafür sind die Kräfte systemspezifisch. Das heisst, es kommt immer darauf an, Kraft auf wen. Und wenn man jetzt also einen Impulsstrom an einer Stelle hat, dann führt das zu zwei Kraftpfeilen. Im Flüssigkeitsbild ist dann das Niveau unter 0, also negativ. Die Geschwindigkeit ist ja negativ. Und der Impulsstrom fliesst von der Erde in den schweren Wagen als Reibung und vom schweren Wagen in den leichten über die Puffer. Was aber bleibt, ist jetzt der Energieumsatz. Das heisst, sowohl dieser Impulsstrom als auch dieser Impulsstrom setzen im Moment Energie frei. Und das ist unabhängig von der Wahl der Koordinatenrichtung. Auch die kinetische Energie ist jetzt erkennbar als positiv. Man muss sich jetzt fragen, wie viel Impuls muss man aus dem Körper heraus an die Erde pumpen und wie viel Energie braucht es dazu. Und das ist natürlich wieder Impuls, also Masse mal Geschwindigkeit mal mittlere Pumphöhe. Das ist halbe Geschwindigkeit. Auch der zugeordnete Energiestrom bleibt gleich. Also zum Beispiel an dieser Stelle, da fliesst Impuls rein, aber die Geschwindigkeit ist negativ. Impuls fliesst rein, aber die Geschwindigkeit ist negativ. Deshalb fliesst hier Energie aus dem leichten Wagen heraus. Das heisst, der Impulsinhalt des leichten Wagens nimmt im Moment zu, aber die kinetische Energie nimmt im Moment ab. Also als Fazit kann man sagen, das Flüssigkeitsbild und das Impulsstrombild reagieren auf die Wahl des Koordinatensystems. Das Kraftbild nicht. Aber das Flüssigkeitsbild erklärt all die Strukturen mit Energie und Leistung und so weiter. Und der ganze Energieumsatz ist dann invariant gegenüber Veränderung am Koordinatensystem. Impulsstrombild, Kraft- oder Schnittbild und Flüssigkeitsbild vermitteln ein umfassendes Verständnis der Mechanik. Wer diese drei Bilder verinnerlicht hat, ist in der Lage, komplexe Probleme der Mechanik zu analysieren, zu verstehen und zu berechnen. Er ist aber auch in der Lage, in vielen Lehrbüchern Fehler zu entdecken. Und davon gibt es wahrlich genug. Nun, die Systemphysik, wie sie hier dargelegt wird, basiert auf dem Karlsruher Physikkurs. Und der Karlsruher Physikkurs ist jetzt unter Druck geraten durch ein hinterhältiges Gutachten der deutschen physikalischen Gesellschaft. Wenn man das mal gesehen hat mit diesen Impulsströmen, mit dem Kraftbild und mit dem Flüssigkeitsbild, dann kann man über dieses Gutachten nur noch den Kopf schütteln. Ich zeige hier das Fazit zu den Impulsströmen. Also da wird gesagt, dass die Richtungen des Impulsstromes experimentell nicht überprüfbar sind. Das stimmt so nicht. Wenn man ein Koordinatensystem einführt, dann kann man sagen, immer dann, wenn Druck herrscht, fließt der Impuls vorwärts. Und immer wenn Zug herrscht, fließt der Impuls rückwärts. Und das ist experimentell überprüfbar. Natürlich hängt vorwärts und rückwärts von der Wahl des Koordinatensystems ab. Aber Impuls und Raum gehören eben zusammen. Das behauptet ja auch das nötige Theorem. Aber dann zu schliessen, dass der vom KPK eingeführte Impulsstrom nicht existiere, weil man die Richtung nicht eindeutig festlegen kann, das ist nur noch blanker Blödsinn. Denn das kann man für die elektrische Ladung und den elektrischen Strom genauso behaupten. Denn der elektrische Strom basiert ja auch auf der Definition des positiven Vorzeichens der Ladung. Und dann kommt die dicke Schlussfolgerung, es gibt diesen Strom nicht. Und deshalb hatte keinen Platz im Gebäude der Physik. Schon von der Tonlage her erinnert das an ganz, ganz schlimme Zeiten in der Geschichte der Menschheit. Aber die Aussage ist auch insofern blödsinnig, als wenn man einen Güterwagen nimmt, der gegen einen zweiten fährt. Und jeder weiss, dass der Impuls in einem Wagen abnimmt und im anderen zunimmt. Dann kann man doch nicht sagen, dass der Impuls nicht durch die Puffe fließt. Wo sollte er dann durchgehen? Ich finde, dieses Gutachten kommt aus der untersten Schublade. Und es ist eine Schande für die ganze Wissenschaft im deutschen Sprachraum.